Musik Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Reiseland Ruhr, Ihrem Magazin für Rad- und Industrietourismus im Ruhrgebiet. Heute sind wir unterwegs auf der Fahrradroute Stahl und Wandel. Auf etwas mehr als 30 Kilometern geht es vom Duisburger Innenhafen über Bahntrassen vorbei an Altenzechen, zum Gasometer und zum Landschaftspark Duisburg Nord. Wir fliegen schon mal drüber. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Etappenziel unserer Radtour Stahl und Wandel. Starten wird unsere Tour allerdings nicht in Oberhausen, sondern in Duisburg am Rhein. Dieser Trip wird uns an die Spitze des Matterhorns führen und weit darüber hinaus. Das muss man selber gesehen haben. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Der Besucher erlebt Tag und Nacht. Er erlebt verschiedene Jahreszeiten. Er erlebt die Kletterrouten. Es ist einfach gigantisch. Noch sind wir nicht im Bergmassiv, sondern am Rhein. Stadtgebiet Duisburg, Stadtteil Bekerwerth. Vor uns liegt der erste Teil von Stahl und Wandel. Der Fahrradrundkurs ist knapp 40 Kilometer lang. Die Netto-Tourdauer für die Umrundung liegt bei circa 2 Stunden und 45 Minuten. Duisburgs berühmten Hafen lassen wir hinter uns und steuern nach Norden. Wir treffen auf den Allsummerberg. Einen 50 Meter hohen Hügel, unter dessen grüner Hülle Schutt und Kriegstrümmer liegen. Gleich nebenan unter anderem die hochmoderne Kurkerei Schwelgern und das Stahlwerk Bruckhausen von Thyssenkrupp. Eine prächtige Industriekulisse am Wegesrand. An ihrem nordwestlichsten Punkt biegt die Stahl- und Wandelroute ein auf die 15 Kilometer lange Hoag-Trasse und zieht nach Osten in Richtung Oberhausen. Hoag steht dabei als Abkürzung für Hüttenwerke Oberhausen Aktiengesellschaft. Die ehemalige Bahnlinie diente einst dem Kohletransport zwischen der Zeche Stärkrade in Oberhausen und dem Rheinhafen Walsum in Duisburg. 2007 wurde aus der ehemaligen Kohlelinie ein kombinierter Rad- und Wanderweg, der uns heute vorbeiführt an der bereits 33 geschlossenen Zeche Stärkrade. Von ihr sind als Industriedenkmal noch das Schachtgerüst und die Schachthalle erhalten. Stahl und Wandel. Am Endpunkt der Hoag-Trasse richtet sich die Tour gen Süden. Gleich neben der großen Mall-Zentro steht ein wirklicher Riese, ein Gigant als Synonym für die Veränderungen im Ruhrgebiet. Der Gasometer. 1929 erbaut, 117,5 Meter hoch und er diente zur Speicherung von Gichtgas. Das ist dieses Gas, was in den Hochöfen damals anfiel. Das wurde hier zwischengelagert, weil es überschüssiges Gas war und bei Bedarf wurde es aus dem Gasometer an die umliegenden Industrieanlagen abgegeben. Seit 1994 ist der Gasometer die höchste Ausstellungshalle Europas. Heimat spektakuläre Ausstellungen wie Der Berg ruft, bei dem mal eben das Matterhorn von der Decke hängt. Es geht um die legendären Erstbesteigungen. Es geht aber auch um Natur, Pflanzen, Menschen, die in diesen hohen Gefilden leben. Und es gibt einen gewaltigen Höhepunkt. Dieser Höhepunkt ist das Matterhorn. Eine Abbildung des Matterhorns, ein Nachbau im Maßstab 1 zu 200. Und das Besondere ist, diese Skulptur hängt umgekehrt von der Decke, spiegelt sich aber in einem riesigen Spiegel, 12 Meter Durchmesser. Und das muss man selber gesehen haben. Das kann man überhaupt nicht beschreiben. Wer frische Höhenluft schnuppern will, der Aufstieg aufs Gasometer-Dach lohnt allemal. Die Aussicht reicht über das komplette westliche Ruhrgebiet und lädt zum Verweilen ein. Für meinen heutigen Gast ist Radfahren nicht Freizeitvergnügen, sondern Extremsport. Herzlich willkommen, Pierre Bischof. Hallo Lina, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Pierre, du bist ja immer sehr viel in der Welt unterwegs. Zum Beispiel hast du 2016 das Race Across America gewonnen. Wie heimisch fühlst du dich denn eigentlich noch, wenn du zurück ins Ruhrgebiet kommst? Das Ruhrgebiet ist halt meine Heimat. Hier kommen meine Wurzeln her und ich weiß noch immer, wie ich vor 15 Jahren das erste Mal meine ersten Schritte auf dem Rad gemacht habe. Und daher ist es für mich natürlich schön zu sehen, wie der Wandel der Radkultur in Duisburg stattfindet und dass man halt immer mehr sieht, wie schön man auch hier Rad fahren kann. Wir haben jetzt gerade im Beitrag gesehen, wie unsere Tour im Binnenhafen und am Rhein gestartet ist. Kommt diese Ecke dir auch von deinen Touren bekannt vor? Absolut. Ich habe früher am Innenhafen gearbeitet und daher ist es halt auch ein Wegenetz, das ich kenne, weil ich früher dann immer von zu Hause zum Innenhafen geradelt bin, weil das Auto war damals schon für mich nur für Weitstrecken ein Fortbewegungsmittel. Und ich habe halt immer mehr versucht, das Radnetz auch für mich kennenzulernen. Wir sind in unserer heutigen Tour auch auf zahlreichen ehemaligen Bahntrassen unterwegs. Vielleicht kannst du uns mal sagen, aus deiner Sicht, was bieten denn diese Radwege für den Radfahrer? Also die Bahntrassen bin ich sehr dankbar für, dass man auf diese Idee gekommen ist. Das hätte ich mir früher auch nie vorstellen können, dass es eigene Radautobahnen gibt. Ich nehme an, dass wir uns da auch in Holland eine Scheibe abgeschnitten haben, dass man sieht, was die für ein Radnetz hergestellt haben. Und die Bahntrassen, die sind oftmals so gut zu befahren, dass man schneller von A nach B kommt als mit dem Auto. Und es ist auf den Bahntrassen auch schon immer mehr ein Miteinander mit Inlineskatern, mit Wanderern, mit Fußgängern, sodass man halt weiß, okay, da könnte mal ein schneller Radfahrer kommen, mal ein langsamer Radfahrer. Und das ist halt wirklich super, den Verkehr weg von der Straße rauf auf eigene Radstrecken raufzubringen. Wir haben jetzt eben im Beitrag den Allsummerberg gesehen. Das ist ja einer der zahlreichen ehemaligen Abraumhalden im Ruhrgebiet. Lassen sich diese Halden eigentlich auch sportlich nutzen, beziehungsweise inwiefern tun sie das? Gerade halt, wenn man Spaß daran hat, sich ein bisschen zu quälen, sind solche kleinen Hügel am Anfang etwas Besonderes, wo man dann halt auch rauffahren kann auf den Allsummerberg und auch die Landschaft genießen kann. Und wir haben halt in Duisburg keine großen Berge, außer auch noch vielleicht unseren Kaiserberg, wenn man das ganz poetisch nennen will. Aber man hat halt an diesen fernabgelegenen Netzen halt wirklich die Möglichkeit, auch mal sich auszupowern, dann oben anzukommen und einfach die Aussicht zu genießen. Ja, Pia, zum Schluss habe ich dann einfach nochmal eine etwas oberlehrerhafte Frage an Dich. Hast Du eine Ahnung, wie viele Radkilometer der Landschaftspark Duisburg-Nord zu bieten hat? Im Landschaftspark selber fahre ich halt immer das 24-Stunden-Rennen, und kenne halt nur die 8 bis 9 Kilometer Rundkursstrecke und muss zugeben, ich bin noch nie weiter rumgefahren als diese Strecke. Und ich vermute mal, wenn ich die Zahl gleich höre, werde ich selber vom Staunen fahren, wie viele kleine Wege es gibt. Ja, wir zeigen es Dir dann tatsächlich im nächsten Beitrag. Erstmal schön, dass Du da warst. Vielen Dank für den Besuch. Immer wieder gerne und ich hoffe, dass man immer weiter an dem Radwegnetz weiterarbeiten wird. Wie viele Radkilometer gibt es denn nun im Landschaftspark Duisburg-Nord? Die Antwort sehen Sie jetzt. Der Landmarke Gasometer sagen wir fürs erste Adieu. Denn vor uns liegt der zweite Teil unserer Tour Stahl und Wandel. Deren Höhepunkt wird es ebenfalls in sich haben. Jeder, der herkommt, sieht laut englischem Guardian einen der zehn schönsten Parks weltweit. Unsere Route führt uns in südwestliche Richtung. Wir folgen dem insgesamt 45 Kilometer langen Rhein-Herne-Kanal auf einem Teilstück nach Duisburg. Eine kleine Fußgängerbrücke fällt uns dabei besonders ins Auge. Slinky Springs to Fame. Die Skulptur von 2010 erinnert an das Kinderspielzeug Slinky. Eine wandernde Metallschraubenfeder. Wir gelangen auf den grünen Pfad. Die mehr als zehn Kilometer lange Strecke diente einst dem Güterverkehr. Als Teil der Emscher Talbahn zwischen Oberhausen und Duisburg. Der Tod der Zechen machte die Eisenbahn überflüssig und ermöglichte schließlich die Entstehung eines Radweges. Ohne Steigungen und so gut wie kreuzungsfrei. Am Horizont erkennen wir bereits den 180 Hektar großen Landschaftspark Duisburg-Nord. Der Landschaftspark ist ein ehemaliges Hüttenwerk, was 1985 stillgelegt wurde. Also hier wurde früher Roheisen produziert. Und das ist in den vielen Jahren seitdem umgewidmet worden in eine Anlage, wo Sie Industriekultur erleben können, wo Sie aber auch große Parkflächen und Anlagen sehen. Letztendlich ist es so, jeder der herkommt, sieht laut englischem Guardian einen der zehn schönsten Parks weltweit. Wer mag, der kann das riesige Gelände problemlos per Rad erkunden. Wir haben hier insgesamt, wenn man so will, 30 Kilometer Rad- und Wanderwege hier im Park anzubieten. Hier darf sich jeder frei bewegen. 365 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr. Und es sind viele Aktivitäten, viele Veranstaltungen, also ein bunter Strauß. Dazu zählen das Sommerkino in der Gießhalle oder Netzwerkevents in der Gebläsehalle, die hier zum Alltag gehören. Die sportlichen Typen kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Es gibt auch große Besonderheiten. Es gibt hier einen großen Klettergarten in den ehemaligen Bunkertaschen mit über 500 Kletterrouten. Dazu muss man geübt sein oder ausgebildet werden. Das ist natürlich möglich. Es gibt einen Hochseilgarten in einer Gießhalle oder es gibt sogar einen Tauchgasometer mit einer Tauchtiefe von rund 13 Meter bei 20 Millionen Liter Wasser. Also wer sein Mütchen kühlen möchte und das mal ausprobieren möchte, auch das wird hier angeboten. Unser Aufenthalt im Landschaftspark Duisburg-Nord endet mit einem kleinen Imbiss in einem der Biergärten vor Ort, bevor es auch mit der Tour Stahl und Wandel zu Ende geht. Nur noch einen kurzen Abschnitt lang geht es in Richtung Südwesten, bis der Ausgangspunkt am Rhein wieder erreicht ist. Was kann man noch erleben in Duisburg? Wir sagen es Ihnen. Sechs Seen, ein Erholungsgebiet. 150 Hektar Gesamtwasserfläche werden hier umrahmt von einem 18 Kilometer langen Wanderwegenetz. Neben dem Spaziergang gibt es hier im Duisburger Süden die Möglichkeit zum Grillen, Baden und Segeln. Tiger & Turtle Magic Mountain ist seit 2011 eine bekannte Landmarke im Angerpark. Die begehbare Skulptur im Achterbahnlook bietet einen Ausblick von 48 Metern Höhe. Zu sehen sind von hier die Duisburger Innenstadt, Teile der Industrielandschaft und Landmarken Düsseldorfs wie der Flughafen. Bei Nacht werden die Handläufe vom 90-Tonnen-Bauwerk Tiger & Turtle mit 880 LED-Lampen beleuchtet. Ein Museum im alten Jugendstilhallenbad des Stadtteils Ruhrort. Deutschlands größte Ausstellung zur Binnenschifffahrt liegt konsequenterweise am größten Binnenhafen Europas. Gezeigt wird die Schifffahrtsgeschichte von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Multimedial auf drei Etagen mit Exponaten zum Anfassen. Der Eintritt 4,50 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder. Das war die aktuelle Ausgabe von Reiseland Ruhr. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017